Am Ende der Woche erwartet euch ein Test, bei dem wir eure Kompetenz im Besenfliegen überprüfen werden. Wir testen euch und eure Katzen. Was für ein interessantes Zimmer. Du weißt ja bestimmt, dass das hier früher die Rumpelkammer war. Ja, und ich wette, dass du stundenlang darüber Witze reißen kannst. Ich wollte dir nur helfen. Mit Sardinen, ja? Ein alter Hexentrick. Wenn du etwas von dem Öl auf den Besen träufelst, überwindet sie ihre Angst. Sie ist so eine schöne Katze. Und wie ihr Fell glänzt. Und Abflug. Ja! Und landen. Und Abflug. Nicht Rundmacht. Bleib hinten. Rundmacht. Ich kann es auf dir. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir, Maud. Das war nicht Mauds Schuld. Das lag an ihrer Katze. So was hat sie noch nie gemacht. Das ist komisch. Ja, stimmt. Tapsi, bist du das? Maudnacht. Jemand hat unsere Katzen vertauscht. So ist es. An unserer Akademie ist kein Platz für eine Hexe, der wir nicht vertrauen können. Deine Probezeit ist beendet. Guten Morgen. Was suchst du denn hier? Dies ist dein Notizbuch. Hast du das Aussehen der beiden Katzen vertauscht? Aber ich wollte Mildred nur helfen. Was? Ihr helfen? Warum solltest du Mildred helfen? Sie hat deine Aufnahmeprüfung ruiniert. Ja, richtig. Aber ich habe mich geirrt. Sie hat einen Fehler gemacht. Sie verdient eine zweite Chance. Wenn das so ist, dann verzeihen wir dir, Esther.